Tragen Sie eine Waffe, Mr. Chase? Das tue ich nie. Dann setzt der Anzug nicht. Sie waren mal ein Spion. Mein Sohn wurde entführt. 17 Millionen Dollar, sonst nehmen wir ihm sein Auge, ein Ohr, eine Hand. Und behaupten Sie nicht, sie hätten kein Geld. Mein Ex-Schwiegervater arbeitet nur mit den Besten. Also tun Sie endlich, wofür er Sie bezahlt. Sie müssen das Lösegeld zahlen, Mr. Getty. Ich kann im Moment kein Geld erübrigen. Niemand war je reicher, als Sie es sind. Wie viel brauchen Sie, um sich sicher zu fühlen? Mehr. Mom, ich will nach Hause. Ich werde Ihren Sohn finden. Ich glaube, es geht nicht um Geld. Es geht um Macht. Geschäfte. Familie. Sagen Sie ihm, ich komme. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020